Raniard dachte, er hätte mich durchschaut. Meine Menschlichkeit hätte mich weichgekocht. Aber der Kampf für die Menschen gab mir die nötige Kraft gegen den durchtriebenen Kuluana. Und bevor er fiel, nahm ich mir ein paar Dinge. Sein Intellekt der Stufe 12 und den Datenkern seines Schiffes. Das Internet war schon gigantisch. Aber jetzt? Ich habe das ganze Universum in der Hand. Ich gab alle Städte zurück, die Brainiac gestohlen hatte. Und mit meiner Heimatstadt Detroit fing ich an. Und so mache ich weiter. Superman will eine Welt retten, aber ich kann Zehntausende neu booten. Jede einzelne in Brainiacs Sammlung. Das wird ein langer Trip. Aber dank dem Stufe 12 Intellekt kann ich ein paar alte Freunde wieder treffen. Titans vereint. Booyah.